Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Liebeshoroskop für den November 2017. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf. Und wenn ihr eine persönliche Beratung braucht, könnt ihr euch direkt an mich wenden. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage. Und beides steht unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier oben im Bild. Und auch diesmal gibt es wieder eine Beratung bei mir zu gewinnen in der Verlosung. Mehr dazu am Ende des Videos. Also bleibt dran. Eure Sterne im November stehen ziemlich genial. Ihr seid begehrt und beliebt und zieht spannende und charismatische Menschen in euer Leben. Euer größtes Problem wird wahrscheinlich sein, die vielen Chancen und Möglichkeiten, die ihr jetzt habt, unter einen Hut zu bringen oder auch einmal Nein zu sagen, wenn es euch zu viel wird. Langeweile kommt jedenfalls garantiert nicht auf. Jetzt schauen wir uns eure Konstellationen ein bisschen genauer an. Und wir fangen an mit dem Erlebnis Hintergrund, also mit den langfristig wirkenden Planeten und Aspekten. Und da gibt es eine neue wichtige Entwicklung. Ab dem 9. November und bis zum August 2018 wird nämlich die wilde Lilith ins Zeichen Steinbock gehen und damit in Opposition zu eurem Sternzeichen und in euer Partnerhaus. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, denn Lilith, die wilde Göttin, will, dass ihr euch mit euren urigen Instinkten verbindet und dass ihr euch nicht verbiegt, sondern euren eigenen Weg geht. Das ist aber jetzt gar nicht so einfach für die Krebse, weil es für sie ja nichts Wichtigeres als romantische Beziehungen und Familie gibt. Aber Lilith will eben, dass ihr euch darin nicht vollkommen verliert, sondern dass ihr euch selbst treu bleibt. Mehr über diesen spannenden Aspekt erfahrt ihr in meinem neuen Video-Special Geh deinen eigenen Weg mit der Deutung des Lilith-Transits für alle zwölf Sternzeichen. Und die Konstellation wirkt ab dem 9. November auf die Geburtstagskinder vom 21. Juni bis 25. Juni. Dann ist natürlich ein super wichtiger und ganz toller Aspekt das Trigon zu Jupiter. Der steht jetzt für euch im fünften Haus hier im Skorpion und damit im Haus der Lebensfreude. Das heißt also, ihr habt jetzt wieder einen Glauben an den Genuss und an die Lebensfreude und euch gelingen auch größere Kreativprojekte ganz leicht und locker. Nur sorglos und träge solltet ihr nicht werden. Das ist so ein bisschen die Gefahr bei diesem Harmonie-Aspekt. Die Position im fünften Sonnenhaus zeigt viel Lebensfreude, ob nun durch eine Affäre und heißen Sex oder indem ihr einfach kreativ werdet und Spaß daran habt, euren Hobbys nachzugehen. Wenn ihr Kinder habt, dann könnt ihr jetzt mit Erfolgserlebnissen eurer Kinder rechnen, die euch auch froh machen. Und das ist übrigens auch ein guter Aspekt, um durch Gewinnspiele zu etwas Geld zu kommen. Weil das fünfte Haus ist auch das Haus der Gewinnspiele. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es in eurem individuellen Horoskop steht, aber ihr könnt es ja mal versuchen. Wir haben nämlich gerade jetzt im November dafür eine günstige Zeit vom 12. bis 14. November. Ihr könnt ja mal spielen und euch dann bei mir zurückmelden. Schaut euch zu dem Jupiter-Transit auf jeden Fall auch mein Special an. Finde den verborgenen Schatz. Und im November bekommen die Geburtstagskinder vom 26. Juni bis 2. Juli den Jupiter-Aspekt direkt auf die Sonne. Was haben wir noch Wichtiges? Natürlich noch das Trigon zu Neptun. Das ist auch ein toller Aspekt für euch. Neptun, habe ich ja schon oft gesagt, ist der Romantikplanet, Fantasieplanet. Er kann auch für Verwirrung sorgen, aber wenn er eben in Harmonie zur Sonne steht, dann ist das sehr angenehm, weil es einen eben einfach öffnet für romantische Schwingungen. Es macht einen Fantasie voll. Es ist ganz, ganz toll, wenn ihr musische Dinge tut, ob jetzt als Hobby oder sogar professionell. Dann habt ihr so einen echten Strom der Inspiration. Es ist super, wenn ihr spirituell seid. Also rundherum ein sehr positiver und schöner Aspekt, unter dem man sich eben auch sehr, sehr gut verlieben kann. Und der wird jetzt im November auch von der Venus und von Jupiter noch ausgelöst. Also absolut super für euch. Und diesen Aspekt, den spüren in diesem Monat. Allerdings nur wenige Geburtstagskinder, weil Neptun ja die ganze Zeit nur auf einem Grad steht. Das sind etwa die vom 2. bis 4. Juli. Aber wie gesagt, durch die anderen Planeten, auch durch die Venus, wird diese schöne Energie jetzt in alle Dekaden des Krebszeichens verteilt. Ja, dann habt ihr ja noch die Opposition zu Pluto. Der steht für euch im 7. Haus. Und das ist durchaus schwierig, Pluto im Partnerhaus, beziehungsweise in ganz frontal zur eigenen Sonne. Das kann mit einem großen Veränderungsdruck einhergehen. Und das eben oft durch Leute, mit denen man zu tun hat, durch den Partner, durch sein Gegenüber. Wo man sich dann eben überlegen muss, will ich das, kann ich das? Und wenn es gut läuft, sind es Veränderungen, die euch gut tun. Wenn es nicht so gut läuft, dann sind es eben Sachen, die euch schwerfallen. Wenn ihr da Hilfe braucht, dann würde sich das echt lohnen, da eine Horoskopberatung mal für zu buchen, dass man mal über das Pluto-Thema redet. Wenn ihr jemand Neues kennenlernt und ihr spürt, dass von dem so eine Intensität und Power ausgeht und ihr merkt, boah, das wird mein ganzes Leben verändern, wenn ich mich darauf einlasse, dann müsst ihr euch halt fragen, ist das eine gute Veränderung, eine, die ich will, die mein Leben verbessert oder wird mich das irgendwo hin runterziehen? Und dann müsst ihr, auch wenn es schwerfällt, das eventuell auch beenden oder gar nicht erst anfangen, wenn ihr merkt, das ist zwar spannend, aber nicht gut für euch. Das ist halt sehr wichtig mit diesem Aspekt. Und selbst alle anderen, die jetzt das nicht diesen Monat haben, die haben ja das dann trotzdem noch später auf ihre Sonne, wenn sie nicht schon damit durch sind mit dem Aspekt. Und diesen Monat empfangen die Geburtstagskinder vom 8. bis 10. Juli den Aspekt von Pluto. Dann ist da noch das Quadrat zu Uranus. Das ist auch nicht ganz einfach, dieser Aspekt. Der Uranus steht jetzt hinten in der dritten Dekade und wirft ein Quadrat auf die Krebssonne der dritten Dekade. Und für euch aus dem 10. Sonnenhaus, das kann eine Herausforderung im Arbeitsbereich, im Karrierebereich anzeigen. Vielleicht auch einen schwierigen Chef, der sehr sprunghaft ist und dauernd seine Meinung ändert oder technische Neuerungen, die gefordert werden und die nicht ganz einfach sind. Und weil es ein Quadrat ist, sind das auch Veränderungen, die man sich nicht unbedingt ausgesucht hat, aber mit denen man sich nun auseinandersetzen muss. Und auch da kann ich euch nur raten, wenn ihr da merkt, Mensch, das macht mich ganz konfus, weil Einfluss von Uranus kann auch auf die Nerven gehen und kann einen ein bisschen konfus machen, dann ist es eine gute Idee, sich da nochmal in einer Beratung zu vergewissern, wie sich das weiterentwickeln kann. Und dieses Uranus-Quadrat empfangen im November die Geburtstagskinder vom 17. bis zum 20. Juli. Aber davon mal abgesehen, sind die aktuellen Sterne einfach ganz fantastisch für euch. Der November startet mit Sonne, Merkur und Jupiter im Skorpion hier bei euch im fünften Haus der Lebensfreude. Das ist super und das verstärkt eben auch die schöne Tendenz des Jupiter-Transits, die ich ja am Anfang beschrieben habe. Und der Merkur ist zum Beispiel gerade in der dritten Dekade, bringt also dann schon für die geborene dritte Dekade auch eine gute Energie rein. So verteilen eben die Planeten diese Energie auch ein bisschen im ganzen Zeichen. Dann haben wir die Liebesquadraten, Liebes, nicht Quadraten, Planeten, aber die stehen im Quadrat zu euch. Das ist Venus und Mars. Es stehen zwar in Spannung, aber für euch im Sonnenhaus der Familie und das ist sehr angenehm. Da habt ihr vielleicht Lust, das Heim schön zu dekorieren und ihr erlebt liebevolle Momente mit der Familie. Allerdings, also genau, und Venus steht in der dritten Dekade. Aber der Mars, der steht in der ersten Dekade, der kann eben auch Reibereien in der Familie anzeigen. Dass es da vielleicht zu irgendwelchen Konflikten kommt. Und dieses Quadrat einfach schlichtweg, also die Spannung zur Krebssonne, die kann euch auch gereizt machen, ganz allgemein. Oder ihr seid empfindlich oder ihr geht eben selber schnell in die Luft. Und bis zum 8. November gilt das vor allem für die Krebse der ersten Dekade. Also versucht euch kleinere Konflikte nicht zu sehr unter die Haut gehen zu lassen. Am 4. November ist dann der Vollmond auf der Achse Stier und Skorpion und das dann bei euch auf der Kreativitätsachse. Das ist bestimmt ein sehr lustvoller Vollmond. Und es sind auch heiße Flirts möglich, die aber auch eine gewisse Unruhe auslösen können. Wenn ihr jemand Neues kennenlernt, erscheinen alle möglichen Bedingungen, anfangs dagegen zu sprechen. Und wenn ihr in einer Beziehung seid, dann neigt ihr vielleicht zum Fremdflirten. Aber insgesamt versprechen die Sterne ein liebes Happy End. Also macht euch erstmal nicht verrückt, sondern genießt lieber die prickelnden Konstellationen und vertraut darauf, dass sich am Ende die wahre Liebe durchsetzt. Am 5. November geht der Merkur dann ins Zeichenschütze. Dann macht sich optimistisches Denken breit und das ist auch gut für euren Arbeitsplatz. Ja, und dann die nächste gute Nachricht ist, dass die Venus am 7. Oktober dann ins Zeichenskorpion wandert und damit in einen Harmonieaspekt zur Krebssonne. Und das ist ganz wunderbar für euch. Bis zum 15. November verwöhnt sie dann erstmal die erste Dekade des Krebszeichens mit Liebe, Kreativität und auch lustvollem Erleben beim Sex. Ja, und am 8. November geht dann das Marsquadrat in die zweite Dekade. Am 9. November ist es dann soweit. Die wilde Göttin Lilith geht in die Opposition zur Krebssonne in euer siebtes Haus und schaut euch dazu bitte unbedingt mein Special an, Gehe deinen eigenen Weg. Dann habe ich zwei Top-Tage für euch und zwar am 12., genau, Sonntag den 12. November und Montag den 13. November. Da habt ihr nämlich die ganzen schönen, soften Wohlfühlplaneten und euren Herrschermond hier im günstigen Aspekt zur Krebssonne. Und ihr könnt euch jetzt aussuchen, wie ihr das genießen wollt. Mit einem Liebhaber, auf einem schönen Workshop, mit netten Leuten aus der unmittelbaren Umgebung oder mit eurem festen Partner. Dann haben wir vom 13. bis 20. November eine heiße Phase mit fantastischen Romantikaspekten, aber auch einigen kosmischen Anspannungen. Venus hier in Verbindung mit Jupiter in eurem fünften Haus. Das ist einfach genial und das sind auch diese Tage, wo ihr es mal mit dem Lottospielen versuchen könnt. Und natürlich dann ganz besonders die Geburtstagskinder, die jetzt wirklich auch diesen Aspekt direkt auf der Sonne haben. Aber ihr könnt es ja auch mal versuchen, wenn ihr aus einer anderen Dekade seid. Genau, und wenn ihr einen Partner oder Liebhaber an eurer Seite habt, könnt ihr in dieser Zeit kuschelige und lustvolle Phasen erleben. Wenn ihr auf der Suche seid, steigt die Chance, dass ihr eine Romanze anfangen könnt. Wenn ihr alleinstehend seid, dann konzentriert euch auf eure kreativen Kräfte, weil mit diesem Aspekt könnt ihr in einen ganz wunderbaren kreativen Flow kommen. Am 15. Oktober geht dann die Venus in die zweite Dekade und verbindet sich dann mit Neptun. Hier, das ist einfach traumhaft. Ja, und es ist traumhaft romantisch für euch. Das ist ein toller Aspekt für die spirituelle und erotische Liebe und auch, falls ihr auf Reisen seid oder an eurer Persönlichkeitsentwicklung arbeitet. Und das spüren natürlich vor allem die Geburtstagskinder, die den Neptun-Aspekt direkt auf der Sonne haben. Aber auch ihr anderen Krebsgeborenen profitiert von den schönen kosmischen Schwingungen. Ihr müsst sie nur anzapfen und euch dafür öffnen. Der Wermutstropfen in dieser Phase sind zwei Konstellationen. Da ist einmal das Quadrat von Merkur zu Neptun. Da kann so mancher schöne Traum und mancher schöne Plan in der Fantasie stecken bleiben. Das geht aber nur so bis maximal zum 15. November. Wirklich heikel für euch ist das Quadrat zwischen Mars und Pluto. Denn diese beiden kosmischen Kampfplaneten stehen in Spannung zur Krebssonne und können vor allem die Geborenen der zweiten Dekade gereizt und nervös machen. Und der Pluto steht ja für euch im Partnerhaus und kann deswegen auch einen Partner anzeigen, mit dem es zu Problemen kommt. Vielleicht, weil er euch unter Druck setzt oder eifersüchtig ist. Wenn ihr es irgendwie könnt, vertraut auf die Macht der Liebe und versucht, Schwierigkeiten nicht persönlich zu nehmen. Streitigkeiten solltet ihr weiträumig aus dem Weg gehen. Das gilt auch für Familienkonflikte. Ab dem 20. löst sich diese Spannung dann wieder auf. Vorher haben wir aber noch den Neumond am 18. November. Und das ist dann eine gute Zeit, um euch Ängste und negative Emotionen einzugestehen und darüber nachzudenken. Zum Beispiel, falls ihr euch trotz aller Vorsicht doch gestritten habt. Schaut euch diese negativen Empfindungen dann ganz liebevoll an und dann lasst sie einfach los. Denn der Neumond im Skorpion ist eine gute Zeit, um sich von etwas zu verabschieden. Als neuen Impuls könnt ihr darüber meditieren, was ihr euch von eurer Partnerschaft für die Zukunft wünscht oder wie der Idealpartner aussehen sollte und wie ihr eure eigene Rolle dabei seht. Am 22. November geht dann die Sonne ins Zeichen Schütze und das ist eine positive und optimistische Energie. Am 23. November geht die Venus dann in die dritte Dekade und es folgt die nächste superromantische Phase und die geht dann bis zum 5. Dezember. Das ist dann die Zeit, wenn Glücksplanet Jupiter einen wunderschönen Aspekt zu Neptun bildet. Und das ist einfach genial für die Krebsgeborenen. Da müsstet ihr eigentlich im siebten Himmel schweben, sei es nun mit jemandem, den ihr liebt oder weil ihr in einem sensationellen, kreativen Fluss seid, was euch viel Erfüllung verschafft. Und während dieser Phase habt ihr auch zwei Top-Tage, nämlich Sonntag den 26. und Montag den 27. November. Da verstärkt nämlich dann der Mond hier in den Fischen nochmal alle Harmonieaspekte zwischen Jupiter, Venus und Neptun und bringt die Liebesimpulse in alle drei Dekaden des Krebszeichens. Und ab dem 23. Oktober geht dann die etwas aufreibende Energie von Mars in die dritte Dekade bis zum Ende des Monats. Und dabei wird der Mars vom 28. November bis 1. Dezember einen hitzigen und spontanen Aspekt bilden, nämlich mit dem unberechenbaren Uranus. Und das kann sich nochmal recht aufreibend für die Krebsgeborenen der dritten Dekade auswirken. Dabei kann es um Konflikte zwischen Familienangelegenheiten und euren beruflichen Zielen geben. Am besten, ihr haltet den Ball flach und versucht, den Stress im Beruf nicht nach Hause zu tragen. Oder ihr spannt die Familie als Team ein, um euch zu unterstützen. Denkt immer dran, es lohnt sich nicht, euch wegen kleinerer Konflikte aufzuregen, denn Glücksplanet Jupiter versorgt euch noch für ein ganzes Jahr mit positiver Energie und kreativen Kräften. Das waren eure Sterne im November. Für eine persönliche Beratung könnt ihr mich jederzeit erreichen, entweder über mein Kundentelefon oder über meine Homepage. Beides steht unten in der Videobeschreibung und die Homepage ist auch hier hinter dem kleinen i im Bild verlinkt. Dieses Hohskop gibt es jetzt auch als Podcast zum Nachhören. Ihr könnt es über die Podcast-Funktion eures Smartphones oder direkt bei iTunes abonnieren. Den Link zum Podcast findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr mir eine gezielte Frage zu eurem Hohskop stellen wollt, dann könnt ihr an meinem Webinar Antonias Sterne teilnehmen. Es ist immer eine sehr schöne astrologische Fragerunde und ihr könnt dabei auch noch was über die Astrologie lernen. Der nächste Termin ist am Freitag, den 10. November um 17 Uhr. Bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Dezember bekannt. Und so nehmt ihr teil. Postet mir hier auf YouTube einen netten Kommentar, so wie euch meine Horoskope gefallen und ob ihr vielleicht eine Anregung für mich habt. Und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken. Was es bedeutet, wenn die wilde Göttin Lilith durch den Steinbock geht, erfahrt ihr in meinem neuen Video Gehe deinen eigenen Weg. Und es gibt noch zwei Specials von mir, die ich euch empfehlen möchte. Finde den verborgenen Schatz und folge deinem Herzen. Alles Gute mit den Sternen!